Nice eingeparkt. Nein, aber nicht losfahren, nicht losfahren, nicht losfahren, nicht losfahren, nicht losfahren, nicht losfahren, nicht losfahren. So, da ist noch ein fragendes Zeichen. Na gut, wir müssen ja wieder in den Heli, oder? Ja, komm mal, komm mal. Komm ich da überhaupt hochgefahren. Bestimmt. Ah, zu fett. Boah, so krass getarnt, die Büsche stehen sogar im Heli drin, ne? So tarnt man heute. Das Tarn 1x1. Ich fliege erstmal zum Fragezeichen, ne? Ja, ja, ist ja näher dran. Boah, hier ist das sowieso wieder irgendwas. Ne? Oh Gott. Juhu! Nachher, nachher wird hier die letzte Kingslay-Datei vom Spiel auftauchen. Ja, wahrscheinlich. Das backt wieder rum und irgendwie... Warte mal, mal drehen. Die finde ich eigentlich immer ganz cool, die Mission. Wenn man da so ein bisschen überlegen muss. Ja, ist immer noch blöd, dass man nicht zur Seite richtig hovern kann. Und jetzt hier Step-by-Step. Nicht zu nah am Berg ran. Moment, kann ich vielleicht? Hups. Vielleicht komm da nicht hoch. Ja, warte. Ich flieg mal auf die andere Seite, ne? Hups. Äh... Fragezeichen, oder? Fragezeichen, ja. Ah, dann mache ich das Auto da. Wenn ich glaube, ist der daneben sinnvoller gewesen? Naja, aber wir wissen ja, dass er da ist. Können wir ja dann auch machen. Aber so viel haben wir nicht mehr. Ne, ein paar Sachen noch. Es wird weniger. Dies sagst du nur so. Ich auch. Und am Ende fliegen wir einmal die ganzen Web ab. Hm. Warte, 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 warte. Ich drohe mal eben. Ist hier was überhaupt? Achso. Nö! Gut. So, machen wir Hauptmissionen, machen wir. Alles klar. Ja. Schalten Sie die beiden Labore für die Pyrolosid-Reinigung aus. Das wird die Cux-Produktion des Kartells um Monate zurückwerfen. Ach, nochmal um Monate. Na, jetzt geht's ja los. Ja, schon Jahre mittlerweile. Tja, wo geht man am besten runter? Tja. Aber hier auf dem Feldweg. Oder da oben? Wieso? Na, da liegt kein Waldstück vielleicht. Ja, sicher. So, ich hab da nicht weiter unten. Na, wir haben hier schon gesehen. Echt? Na ja, wir haben gerade kurz mal geguckt und da haben wir gesehen. Okay, ich geh jetzt ganz schnell herunter. Perfekt. Also, so in der Vegetation sieht das echt cool eigentlich aus. Na. Nur, dass man manchmal nix sieht. Das ist ein bisschen doof, aber... Ja gut, aber das ist ja realistisch wieder. Wenn du in so einem Busch drin stehst, dann siehst du ja auch nichts. Da haben wir schon mal zwei Boys. Hier ist noch ein Putzman. Wie ist das auch ein... Weiß ich nicht auch einen drum? Nein. Ist Putzman DC oder Marvel? Der ist DC. Ehemals Crimson Comics, weißt du? Also, ich dachte, WC. 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 Ne, WC. 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 Was? Ich glaub, draußen haben wir alle, ne? Ja, ich glaube. Okay, okay, okay. Oh shit, ja Mercer, ne? Mercer. Keine Mercer. Nee. Keine Mercer. Genau, alle. Okay, die 2 draußen Können wir Oh Gott, nein, halt, halt, halt Ich halte Oh Gott, bitte mal rein Schau mal kurz den Alarm kaputt, ne? Ne, aber Wollen wir nehmen die 2? Dann mach ich die 1 Warte Ja, jetzt, 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 er sieht mich Okay, jetzt Er läuft mir der Zivilist vor die Waffe, ne? Ja, einfach töten Da kommt dann auch ein neuer irgendwann Schlaf, kleiner Mann Hier ist ein Labor Ich hab gerade ein Déjà-Veu Vielleicht kann ich hier ja die Aggressionen Gegen meinen Chemielehrer loswerden Das gibt's doch nicht Ihr seid echt, ne Das gibt's doch nicht Wie können die mich dann immer treffen Und sehen durch diese verkackte Gitter Aber ich nicht Nee, ist nicht Oh Gott, ey Ups Für die Versorgungskette des Kartells Hört sich nach Cerveza-Zeit an Cerveza-Zeit Endlich mal wieder saufen Okay, ich fahre Hast du schon vermisst, oder was? Ja Oh Ich hab nicht damit gerechnet, dass du schon da bist Sorry Na, das hat es nicht so Fragzeichen Dann sind wir hier unten ja durch Der Convolt nicht mehr in der Nähe, ne? Äh, ne Hauptmission Dann haben wir nur noch zwei Nebenmissionen Zwei Dinge zum Einsammeln Und das war's Wie? Haben wir Wir haben auch zwei Kings Ja, danach hab ich jetzt nicht geguckt Aber die müssten ja bei den Fragezeichen sein Also von daher, easy peasy Ach du Scheiße Jetzt müssen wir erst hier noch draußen Alles sicher, damit wir da rein können Er muss dich ein töten Die Drohne ist oben Nee, hier machen Hast du einfach Das wird aber auch mal besser hier, ne? Psst Blöd Verrät's mich noch, ey Zu spät Spür frei jetzt die hier Die Ladung ist scharf Okay, die Ladung ist scharf Los Ja, sicher Versteckt sich hinter der Tür, die fällt, ne? Ah, so machen das die Cheater immer, ne? Verstecken sich immer in der Tür Hier runterfallen Was soll das? Ja, hab ich da nebengeschossen Natürlich hab ich da neben Ich war voll drauf, ey Ja Ja, der riecht durchgefickt, der Typ Von allen Seiten So, ist hier noch was? Nö, ne? Nö Okay Let's go Let's go Let's go Super Mario Warte auf mich Warte Ja, ich warte Und fahren mit dem Nach B Danke fürs Warten Ja, ich warte doch auf dich Siehst du nicht, wie ich warte? Hat deine Karte im Backen oder so? Ja, ja, komm Ich hänge fest Warum? Ja, das ist eine gute Frage Hilft da vielleicht Ein C4-Sprengstoff? Mach schnell, weiß ich Ah, toll Ich wollte dich gerade retten kommen Ja, ich weiß, dass du Aber du C4 auf mich springen wolltest Nein, ich wollte dich retten Es müsste hier so Beinwagen geben Das ist ja cool Ja, ich dachte In Narco-Rolls gibt's das Ja, aber hier müsste es das geben Achso, erst C4 auf mich werfen wollen Und dann einsteigen, oder was? Nein, ich will dich retten Musst du auch mal zuhören lernen, ey Du wolltest einfach nur C4 auf mich werfen Ich habe gefragt, ob C4 da helfen könnte, ja Das kann ja sein Wenn man das geschickt legt Und dann stein Dann platzt der Und dann kannst du weiterfahren Mann, ey Weißt du Bist aber ganz schön salzig immer Einmal hier helfen Und dann gleich sowas Yo, hier ist nix Eine Hauptmission machen Oder die Nebenmission? Mir egal Ja, mir auch Ja, okay Ja, gut Mir ist wirklich egal Ja, dann machen wir die Machen wir die jetzt Machen wir die jetzt Machen wir die jetzt Was heilt's Mein Gott Ist doch scheißegal Zu dem Typen Ich springe raus Weißt du, wie er landen kann? Ja, ich kann auch landen Bam Bin ich genandet Unterhalten wir uns mit ihm Yo, Bro, was geht? Er sieht ja doch einfach aus wie so ein Gewerkschaftsführer mit seiner Waffe Wir haben gehört Sie wollen diese Santa Blanca Typen loswerden Por supuesto Wer will schon ein Sklave dieser Narcos sein? Du? Wenn wir das erledigen Wären sie dann bereit die Minen aufzugeben? Pero no pueden Sie können nicht alle Santa Blanca Söldner im Land umbringen Naja, das vielleicht nicht Doch Aber wir können genug davon ausschalten Damit sie Zeit bekommen Mit ihrer Familie zu fliehen Se lo agradezco mucho Santa Blanca hat die Mine in San Marquesa übernommen Erobern sie die Mine Und wir können uns befreien Das werden wir tun Okay, wir müssen was übernehmen Das heißt offensichtlich Ich glaub, jetzt wird's Zeit für die Rebellen, ey Oder wie siehst du das? Wie, jetzt wird's Zeit für die Rebellen? Naja, wenn wir jetzt eine Mini übernehmen sollen Holen wir die Rebellen Lassen die das erledigen Schmeißen da ein paar Mörser rauf Und dann Du weißt, dass wir das nur alle 60 Sekunden einmal machen können? Ja, aber wir die Rebellen Die Rebellen sind doch okay What the fuck? Wie viele Kreise waren da? Oh, da waren Was ist hier los? Ruf die Rebellen Okay, Rebellen sind schon am Stissel Ich ruf aber auch Ablenkung Ich mach ne Aufklärung Okay Die Rebellen sind schon tot? Was? Oh, lass den Zorn der Götter auf sie niederprasseln Ich weiß nicht, ob ich treffe Wahrscheinlich nicht, aber macht er nichts Oh Wo sind die Rebellen? Ich bin schon tot Oh Bam, Mörser Mörser zieh weg Nix hier Bolivia Mörser zieh weg, habe ich gesagt Wieviel Bolivia Oh, oh, what the fuck? Ich bin da Warum? Oh, geschützt das da oben ich weiß ich habe auch drei granaten geworfen seine musste töten töten sie die santa blanca mongos also ich sollte sich vielleicht weiterhin ok einer staun granate des todes der nächstes da noch einer noch einer noch einer der steht hier unten irgendwo das leider steht da oben ja bei mir stehen mache ich aber zwei gemacht nur meine leistung zufrieden wie sieht es aus alles gut hier drüben sind aber noch nicht fertig ja ich wollte ihn jetzt ich dachte eigentlich du bist da hingelaufen aber der ist ja sehr weit weg ein kilometer mal eben hingerannt gott was da unten für ein rebellenaufkommen ist jetzt haben wir mal alles gezogen also die ganzen joker haben wir gezogen jetzt hat irgendwie nichts gebracht aber aber doch ich glaube ein bisschen hat es was gebracht aber nicht viel töten sie die santa blanca kräfte in der mine war noch nicht mal in der mine ja krass oh gott das finde ich noch mehr von den arschkeks warum wagen wir deine erziehung verstärkung absolut keine ahnung nein nein du siehst mich nicht ganz soft gelandet wagen mit montierter waffe der tango ist hin tango down tango down tango down oh nicht schon mal töten ich will die doch mal stealth machen tango down mörder toll sind da oben welche da komme ich noch gar nicht hin habe auch einen kopf wo soll die denn sein zwei stück sind da hinten noch wo soll die denn sein Oh. Die Letzten. Wir machen das leise. Och Mann. Das war leise. Nein, ich wollte die ohne Waffe. Scheiß drauf. Ich trinke eh nur Flaschen Wasser. Ich trinke eh nur Flaschen Wasser. Mit den Messern.